Servus Leute, hier wieder euer Bavarian Techie mit dem Fortnite Item Shop für 15.03.2020, also heute hier für den Sonntag. Und hier zunächst einmal dabei Unendlichkeit hier für 1500 V-Bucks aus Season X Stall des Sternenläufer-Sets. Und natürlich hier auch noch ein Backblink dazu, einmal hier Cosmos Cape, schaut dann sowas. Und natürlich passend dazu auch noch hier einmal eine Waffenallackierung animiert für 500 V-Bucks, ewiger Nullpunkt. Auf den verschiedenen Gerätschaften dann dementsprechend. So, und hier auch noch eine passende Spitzhacke-Sternenschlag für 800 V-Bucks. Jo, natürlich auch noch hier mit im Shop dabei, einmal hier Chance für 1200 V-Bucks, Teil des Frühlingsfeelings-Sets. Und hier als Backblink gibt es dann dieses zackige Grün, einmal hier dieser Rucksack. Und natürlich auch passend dazu hier einmal Spitzhacken-Silberschläge für 500 V-Bucks. Ebenso hier dann, also wurde heute neu im Shop eingeführt, ein skin Klee-Beauftragte, hierfür 800 V-Bucks. Dann hierfür 200 V-Bucks, noch ein Backblink-Glücksklee, passend zum Frühlingsfeelings-Set, was eben heute nur eingeführt wurde. Also auch hier Eisbrecher-Spitzhacke für 500 V-Bucks aus Season 1. Teil des Arctus-Einsatz-Sets. Natürlich auch noch hier Fokus dabei, Teil des Fokus-Punktsets für 1200 V-Bucks. Als Backblink gibt es dann hier dieses Nunchaku-Paket, oder Nunchaku, wie auch immer man es ausspricht. Und hier dann noch drei Emotes, einmal hier Brutzelmeister für 800 V-Bucks mit richtig Skill. Aus Season 9. Ja, würde mich natürlich wie immer mega freuen, wenn ihr gerne ein kostenloses Like und Abo da lasst. Und natürlich hier auch noch 3-mal Füße dabei. Aus Season 8 für 500 V-Bucks. Und ebenfalls für 500 V-Bucks. Hier ist super Beinarbeit. Aus Season 3. Ja, das war es auch schon mit dem heutigen Itemshop. Also wie gesagt, heute zwei neue Skins und eine neue Spitzhacke hier, was ihr hier mittig seht. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder auf dem Laufenden halten. Würde mich natürlich, wie gesagt, über ein Like und Abo freuen. Und natürlich auch gerne, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder einschaltet. Bis dahin, eine schöne Woche. Euer Barbarian Tecci. Ciao, ciao. 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 Ciao.